Die Herren der Ordnung glaubten, die Erde verloren und dass nur Brainiac die Ordnung wiederherstellen könne. Ich wusste, sie würden mich vernichten wollen, wenn ich ihre Pläne durchkreuzte. Jeder andere hätte keine Zuflucht gefunden. Zum Glück habe ich Freunde im Verborgenen. Das Haus der Mysterien hütet den Helm. Satanas und Konstantins Magie verbirgt mich vor den Herren. Doch Johns Tochter Rose machte mir das größte Geschenk von allen. Meine Frau Insa kehrte ins Leben und in meine Arme zurück. Zum ersten Mal, seit ich den Helm akzeptierte, weiß ich nicht, was der Tag bringt. Und das ist einfach perfekt.